Heute kannst du ganz easy jeden Schrott zu Geld machen. Alte Bücher oder Pflastersteine von der letzten Baustelle verkaufst du im Internet. Nur alte Metallteile verschenkst du noch an den Wertstoffhof. Dabei ist Metall total viel wert. Deshalb kauft es dir auch jemand ab. Nämlich wir. Easy Schrott. Und so easy ist es. Einfach das Metall, das du loswerden willst, wiegen oder schätzen, im Paketzentrum abgeben oder an deiner Haustür abholen lassen. Wir überprüfen deine Angaben und überweisen dir ruckzuck das Geld. Wie viel ist dein Metallschrott wert? Finde es heraus auf easyschrott.de Das ist gut für dein Portemonnaie und gut für die Umwelt.